Hallo und willkommen bei der Firma Graf in Hamburg. Heute geht es um das Thema Automatikgetriebe. Die Automatikgetriebe BMW werden von Steph hergestellt. Dabei gibt es verschiedene Getriebe. Es gibt zum Beispiel das Sechganggetriebe oder das Achtganggetriebe. Beide Getriebe werden in den Videos behandelt. Das heißt, wenn ihr einen Sechgang oder Achtgang fahrt, dann könnt ihr in dem Video entsprechend was für euch mitnehmen. Warum geht das in dem Video? Es geht darum, wie man dafür sorgen kann, dass man sein Automatikgetriebe möglichst lange fährt und einen Getriebeschaden vermeidet. Ein Automatikgetriebe muss gewartet werden. Es gibt zwei Wartungen, die bekannt sind, und zwar einen Ölwechsel. Das heißt, bei einem Ölwechsel werden nur 30% des Gesamtöls des Getriebes getauscht. Das heißt, das, was in der Ölbahn inklusive Filter drin sind, sind 30%. Das heißt, der Rest des Getriebeöls bleibt in dem Wandler, in den Getriebegehäuse, in den Schläuchen und in den Getriebekühler. Deswegen macht man so einen Getriebeölwechsel bei 40.000. Bei 80.000 sollte man bei dem Fahrzeug eine Getriebespülung machen. Bei einer Getriebespülung wird das gesamte Getriebeöl, was sich dort befindet, ausgetauscht durch eine Spülung und dann habt ihr überall sauberes Öl. Doch leider kann man da nicht pauschalisieren, denn es ist natürlich davon abhängig, wie man sein Fahrzeug behandelt. Fährt man das Fahrzeug hauptsächlich in der Stadt, dann haben wir natürlich mehr Belastung. Fährt man das Fahrzeug aggressiv, dann haben wir natürlich mehr Belastung. Wird ein Anhänger gezogen, dann haben wir mehr Belastung. Dann sollte man so vorgehen, dass man sich die Adaptionswerte des Automatikgetriebes anschaut und dann die richtige Maßnahme trifft. Daher bieten wir auch eine Fernwartung an. Über eine Fernwartung, das funktioniert so, wir schicken euch ein Kabel zu, ihr braucht einen Laptop und Internetzugang und wir können uns auf euer Fahrzeug einloggen, von hier aus, und uns die Adaptionswerte im Getriebe anschauen. Denn anhand der Adaptionswerte kann man sich ein Bild davon machen, wie ist der Zustand von dem Getriebe und welcher Service, welche Wartung ist die sinnvolle und die notwendige, um einen Getriebeschaden zu vermeiden. Denn das ist das, was wir machen wollen. Wir wollen einen Getriebeschaden vermeiden, aber man muss erst mal verstehen, wie so ein Getriebe funktioniert. Ein Getriebe funktioniert über Druck. Das heißt, wir haben einen Getriebedruck, einen Öldruck. Der Öldruck sorgt dafür, dass Lamellenkupplungen zusammengedrückt werden. So sehen die aus. Und wenn der Öldruck herrscht, der notwendige Öldruck, dann werden die zusammengedrückt und das Fahrzeug fährt nach vorne. Oft sagen die Kunden, ja, mein Getriebe fährt normal. Es schaltet super. Das Problem ist, das Getriebe adaptiert sich. Das heißt, man merkt keinen Verschleiß. Man merkt auch nicht, bevor ein Getriebe kaputt geht, merkt man nicht, dass es irgendwelche Symptome macht. Sondern es geht einfach kaputt. Warum? Weil wenn wir zum Beispiel ein Druckproblem haben, das ist im Endeffekt, worauf es ankommt. Ein Druckproblem, ein Druckverlust. Das heißt, das Getriebe verliert irgendwo seinen Druck und es schafft nicht genug Druck auszuüben, um die Lamellen zusammenzudrücken. Das Getriebe adaptiert den Druck. Das heißt, er merkt, ich habe zu wenig Druck und er adaptiert den Druck. Daher schaltet das Getriebe immer normal und immer vernünftig. Auch wenn es kurz vorm Kaputtgehen ist. Und anhand dieser Adaptionswerte, die wir per Fernwartung auslesen können, können wir sagen, was ist notwendig. Reicht zum Beispiel eine Spülung aus oder ist für eine Spülung zu spät? Über diese Fernwartung helfen wir euch auch, wenn ihr zum Beispiel vorhabt, ein Fahrzeug zu kaufen. Wir können verschiedene Komponenten des Fahrzeugs prüfen und ihr habt dann eine Verhandlungsgrundlage an den Verkäufer, um das Fahrzeug zu kaufen oder nicht zu kaufen. Wenn ihr ein Fahrzeug habt und ihr wollt das länger fahren und wenig investieren in Reparaturen, können wir über diese Fernwartung einzelne Komponenten prüfen, dass ihr einfach wisst und ihr habt eine unabhängige Meinung, was sollte man an dem Fahrzeug vielleicht machen, damit das Auto lange lebt. Welche anderen Wartungen und Services und Reparaturen gibt es und wie kann man so einen Getriebeschaden vermeiden? Der Oberbegriff ist Druckverlust. Das heißt, wenn zum Beispiel eine Getriebespülung oder ein Getriebeölwechsel nicht ausreicht, dann haben wir einen Druckverlust. Der Druckverlust kann verschiedene Ursachen haben. Und zwar hier sehen wir die Mechatronik. Die Mechatronik ist die Steuereinheit, die sorgt dafür, dass die Gänge geschaltet werden. Das heißt, das, was ihr beim Schalter mit der Hand und mit eurem Kopf macht, das macht für uns die Mechatronik. Das ist das Gehirn des Getriebes. Die Mechatronik sitzt im Getriebe. Das heißt, hier sieht man zum Beispiel ein Getriebe und hier sitzt die Mechatronik. So kann man sich das vorstellen. Das, was wir hier sehen, ist das Getriebe. Da sind diese ganzen Kupplungslamellen. Und zwischen der Mechatronik und dem Getriebe sind Dichtungen. Die sind aus Gummi. So sehen die hier zum Beispiel aus. Es gibt verschiedene Dichtungen, die dort sozusagen existieren. Und durch diese Dichtungen läuft das gesamte Getriebeöl. Das heißt, ein Problem des Druckverlusts kann sein, dass diese Gummidichtungen verschlissen sind. Verschlissen werden die nach einer Zeit. Das heißt, entweder nach einem Alter, weil Gummi irgendwann seine Eigenschaften verliert, oder wenn man das Fahrzeug einfach aggressiv gefahren ist. Deswegen haben wir zum Beispiel auf Fahrzeuge mit 70.000, 80.000 gelaufen, wo zum Beispiel eine Spülung nicht mehr ausreicht, weil das Fahrzeug wurde vorher wirklich nicht pfleglich behandelt. Meistens Leasingfahrzeuge, weil die Fahrzeuge gehen eh zurück. Und daher ist es dem jeweiligen Besitzer dann egal, bevor er das Auto zurückgibt. Oder Fahrzeuge mit einer Anhängkupplung. Das heißt, ein mögliches Problem, ein Druckverlust, können diese Dichtungen sein. Das heißt, dann wird die Mechatronik ausgebaut, die Dichtungen werden ausgetauscht und dann wird das entsprechend zusammengebaut. Ein anderer möglicher Druckverlust kann in der Mechatronik selber sein. Wenn man die Mechatronik sozusagen zerlegt, sieht sie so aus. Wir haben zwei Hälften und zwischen den beiden Hälften haben wir eine Dichtplatte. Diese Dichtplatte hat so eine Art Abtrennung von jeweiligen Gebieten. Die sind aus Gummi. Das heißt zum Beispiel, diese kleinen Straßen oder diese Abdichten, die können kaputt sein. So wie hier zum Beispiel. Und dann haben wir hier einen Druckverlust, dass die einzelnen Bereiche nicht mehr voneinander abgetrennt werden. Das heißt zum Beispiel, das Öl läuft von A nach B und das sollte zum Beispiel nicht sein. Das ist auch eine Option. Das heißt, in dem Fall zerlegt man die Mechatronik, man tauscht die Dichtplatte aus und in dem Zuge reinigt man die Mechatronik auch. Weil in der Mechatronik haben wir ganz viele kleine Kolben. Die Kolben, die bewegen sich immer hin und her. Hier sind die Kolben. Ich hole mir einmal kurz den Kolben, dann könnt ihr euch das vorstellen. Hier sind diese Kolben und die bewegen sich hin und her. Und das Problem ist, zwischen Kolben und der Mechatronik entsteht oder da kommt ein Lamellenabrieb rein. Und dieser Lamellenabrieb sorgt dafür, dass diese Kolben anfangen zu klemmen. Dieser Lamellenabrieb, der macht auch die Ventile. Das sind die Ventile, hier sind sie bei der Mechatronik verbaut. Hier haben wir kleine Filter und dieser Dreck, der setzt auch diese Filter dieser Ventile zu. Weder die Filter der Ventile, noch die Mechatronik selber kriegt man mit einer Getriebespülung sauber. Da hat man leider keine Möglichkeit, weil den Dreck, der sich hier angesammelt hat, oder in den Ventilen kriegt man nicht raus. Das heißt, die einzige Option, die man halt machen kann, ist die Mechatronik zerlegen, die Ventile und die Mechatronik per Hand reinigen und dann gibt es dort keine Fremdkörper mehr und keine Schallstöße. Das heißt, Schallstöße kommen deswegen, weil die einzelnen Kolben nicht richtig arbeiten können, weil dort ist ein Hindernis, wie eine Art kleiner Sand. Dann gibt es als dritte Variante, was auch sein kann, dass in der Mechatronik im Gehäuse haben wir einen Schaden. Hier kann ebenfalls ein Druckverlust sein. Das ist im Endeffekt wie zum Beispiel ein Kompressionsverlust, wie zum Beispiel beim Motor. Bei dem Motor ist es halt so, dass wir irgendwann nicht mehr die richtige Kompression in dem Motor haben, in den Kolben und dann läuft das Fahrzeug natürlich nicht vernünftig. Aber das kündigt sich natürlich auch nicht an. Genauso ist es auch hier. In dem Fall sehen wir, in diesen Bereichen haben wir einen Kompressionsverlust und den können wir prüfen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel prüfen, wir prüfen das über Unterdruck. Es wird angesaugt und dann sehen wir hier die Werte, die wir halt haben. Und zum Beispiel hier haben wir einen Wert von 18. Hier können wir zum Beispiel prüfen, hier haben wir einen Wert zum Beispiel von 16. Über diese Werte sehen wir, wie viel Kompression haben wir noch da. Und das Problem ist nämlich, diese Kolben, die sind aus einem härteren Material als das Gehäuse selber. Und daher passiert eine Beschädigung im Gehäuse. In dem Zuge müsste man normalerweise die Mechatronik erneuern. Die Mechatronik kostet 2500 Euro bei BMW, ohne Einbau, ohne Teile. Das Problem ist, abgesehen davon, dass es sehr teuer ist, momentan gibt es sehr viele Lieferschwierigkeiten wegen den ganzen Ersatzteilen, wegen Kurzarbeit. Aber allgemein ist es auch schwer, die Teile zu bekommen. Deswegen haben wir auch die Möglichkeit, diese Mechatroniken selber instand zu setzen. Das heißt, diese Bereiche, wo wir hier eine Beschädigung haben, diese Bereiche, die können wir instand setzen durch eine Bohrung. Wie zum Beispiel bei dem Motor wird der Zylinder ausgefräst, genauso wird das ebenfalls hier gemacht. Das heißt, wir haben spezielle Bohrer und mit diesen Bohrern werden die Bereiche sozusagen ausgebohrt und es kommen Reparaturkolben rein. Das heißt, die Reparaturkolben, die haben einen größeren Durchmesser und so haben wir die Möglichkeit, die Mechatroniken hier vor Ort instand zu setzen, wenn wir zum Beispiel feststellen, wir haben einen Defekt. Das heißt, wenn ihr einen Defekt der Mechatronik habt, könnt ihr natürlich die auch uns zuschicken und wir können die für euch instand setzen. Wir prüfen hier alles, ihr kriegt ein Prüfungsprotokoll und dann ist das entsprechend halt wieder in Ordnung. Man muss im Grunde genommen verstehen, ein Getriebeschaden passiert nur wegen einem Druckverlust. Das heißt, man muss den Druckverlust finden und anhand der Adaptionswerte können wir feststellen, wo wir den Druckverlust entsprechend haben. Anhand der Größe der Adaptionswerte. Das ist auch die Problematik bei überholten Getriebe. Wenn ihr ein Getriebe überholen lasst oder ein Getriebe reparieren lässt, wir reparieren hier selber Getriebe. Das heißt, wenn ihr ein defektes Getriebe habt, können wir euch helfen. Aber das Problem ist bei einer Getriebereparatur, dass eine Getriebereparatur repariert das Automatikgetriebe, dieses Teil hier. Das heißt, die Lamellenkupplung, die wir gesehen haben, das wird instand gesetzt. Aber die Ursache eines Getriebeschadens wird dabei nicht instand gesetzt und zwar die Mechatronik. Die einzelnen Komponenten, die ich euch gezeigt habe, die sind die Ursache eines Getriebeschadens und die muss man beseitigen. Deswegen, wenn man zum Beispiel anfragt, was kostet eine Getriebereparatur inklusive Mechatronik, sind auf einmal die Preise fast doppelt so hoch, wie wenn man nur das Getriebe alleine instand setzt. Das muss man immer vergleichen, dass man halt die richtigen Sachen miteinander vergleicht. Deswegen, damit ihr keinen Getriebeschaden bekommt, kann man alles im Vorweg geprüfen und damit man nicht einfach eine Spülung macht oder einen Ölwechsel, der sowieso nichts bringt, weil eine dieser Komponenten ist jetzt zum Beispiel beschädigt bei euch, kann man über diese Fernwartung, die wir anbieten, prüfen, was ist die richtige Maßnahme für euer Fahrzeug, damit man das Fahrzeug länger lebt und das Getriebe entsprechend halt länger fährt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.